Hey Leute, das ist ganz Hüam, willkommen bei WTN-Unterhaltung. So wild feierten die Geiss-Töchter ihre 18. Geburtstage. Die Geissens haben es krachen lassen. Carmen, 57, und Robert Geiss, 58, sind stolze Eltern ihrer beiden Töchter Shania, 18, und Davina, 19. Zur Volljährigkeit hatte Davina im vergangenen Jahr ein schickes Auto bekommen. Auf eine große Party hatte sie jedoch verzichten müssen. Deswegen holte sie ihre Feier jetzt einfach gemeinsam mit ihrer kleinen Schwester nach. So groß feierten sie am Wochenende Shanias 18. Geburtstag. Durch Corona konnte Davina leider keine große Party haben zum 18. Also haben wir einfach Shanias Geburtstag zum Anlass genommen, auch Davinas 18. etwas nachzufeiern, erzählte Carmen gegenüber BILD. Außerdem seien sie und Robert auch selber zu der Party in Zentropäts dazu gestoßen, wie die 57-Jährige verrät. Am Feiern habe das Shania aber nicht gehindert, plauderte die Unternehmerin aus, sie war mit ihrer Schwester so gegen halb fünf zu Hause. Ich kann nur sagen, dass es schon wild zugehen. Dass Davina es gerne ein bisschen wilder mag, erklärte die Beauty auch in ihrem Podcast, die Geissens. Hey guys, this is Gansha. Dann subscribe our channel and press the bell icon and like our video and share with your friend and family. Thank you very much for watching our video. Thank you.